Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Serious Sam, der 2nd Encounter. Wir sind noch im DLC. Aber ich denk so, den ersten Level haben wir jetzt so langsam. Ich glaube der ist nicht so ganz okay. Na sieh meinen an. Sehr schön, wir haben einen Haufen Gegner bei See, das ist okay. So, danke fürs Speichern. Dann haben wir jetzt hier den... Okay, wir haben den Bereich um den großen Obelisken Zugang gekriegt. Praktisch, praktisch. Wahrscheinlich. So. Dann... Hm... ... ... ... Wahrscheinlich. Da muss gleich bei den Obelisken was sein. Ich glaub, bevor ich wieder nach dem Schock habe, muss ich euch erstmal erledigen, ne? ... ... Okay Sobs ist nie genug, aber wir haben ja wenigstens das ist okay ich kann mich einigermaßen wegstunnen so, dann genau, da ist das Ziel cool hier waren glaube ich auch wieder fünf jawoll zu wissen so, nehmen wir alles mal mit können wir gut gebrauchen ja, ist nicht viel Rüstung, aber im Moment ist es natürlich nötig sollte aber passen ja, dann haben wir glaube ich bis auf das bisschen Lebensenergie hier nichts mehr weiter geht's schalten wir euch doch vielleicht erst mal aus noch mehr, natürlich ach, der Kettenseger ist sehr schön hier geht euch natürlich an noch mehr ja, nö, gut so so, dann müsste wohl ein der Lieben ist ein Schalter sein so, ja da beginn wir uns natürlich direkt sehr freundlich ok weiter geht's ja, ich muss gerade die Dings nochmal weg die Benachrichtigungen was die nicht stören und dann passt's auch hey, guck mal noch ein wenig Rüstung so schauen wir uns mal den nächsten Tempel an das ist schon auch wieder was tolles zum mitnehmen wohl nicht oh, was ist denn du da? ok sonst noch irgendwas eventuell nachher mal da drüber laufen aber ich glaube nicht, dass wir da wie hochkommen ach, da lebt noch jemand das können wir ändern ja, ich glaube hier wird auch das nächste Secret irgendwo na gut, das kommt wahrscheinlich doch erst später und tschüss hm, Pupple Kill nicht schlecht sonst noch jemand? ah ja mein Schlüsselstein gerne das lohnt sich doch immer für später so, wo kommst du noch? kommen wir hier dann bist du mal dran? Sehr gut. Okay, wir kommen hier schon rein. Ist doch schon mal gut. So, jetzt ist es ein männlicher Glas. Hier sind wir mit einem Schuss weg. Die lebt es etwas länger, als wenn die bist. Danke für die Rüstung. Als nächstes müsste es irgendwo sein, wo man die doppelläufige Schrotflüte kriegt. Schauen wir mal. Ach, Gott. auch du wirst zersägt ich glaube das war es aber nicht ganz jetzt war es das wohl genau der männliche Gnar dann geht es mal hier weiter so was war es dann mit euch können wir wieder zurück nein ich glaube dass der jetzt uns vergessen hat das ist ja da hinten ist ja auch das wäre ein bisschen unschön wohl vielleicht kommen wir hier einfach nochmal rein dann dass das nur eine abkürzung gewesen wäre das war jetzt halt der lange weg außen rum so danke dafür so mal ausweichen mehr oder weniger hier reicht man weise auch aus so dann haben wir das jetzt die Zone ist auch wieder nötig danke hier so und sich ja doch da ja genau hier sind wir jetzt ne das wär jetzt die Mühe ne nicht ich kann gewissen da zurück ich habe echt zu befürchten ich habe dein Secret übersehen da ging es ja noch irgendwie weiter ah ja genau da haben wir sie so dann müsste ich hier oben irgendwo ne andersfarbige Decke sein da da so drei Bereiche entdeckt ah ich komme tatsächlich hoch ok ok Raketenwerfer dankeschön sehr schön ok gut dann werde ich wohl doch nichts übersehen haben so danke die Toppläufige kommen wieder ja wirken es auf groß entfernen Aber wir haben hier keine große Entfernung. So, dann wird er draußen noch ein bisschen was warten. Jawohl. Vorteil von Treppen. Da könnt ihr wohl nicht so mit umgehen. Das ist noch ein bisschen Munition. Jetzt verbrauchen wir eine Doppelte davon. Aber wie gesagt, da ist es nicht so viel stärker. Da gibt es deutlich bessere doppelläufige Schrotflinten. Dann schießen wir euch nochmal weg. Der ist ein Flayer. Der ist ein Flayer. Der ist ein Flayer. So, das war's dann leider auch mit der... äh, der Rüstung haben wir noch welche so, war das aber mal sinnvoll, erstmal hier auftrischen dann können wir uns hier den Rest holen oh, aber ja ist auch schon wieder an der Zeit, sehe ich gerade von daher bedanke mich für das Zuschauen, auch wieder den Spaß seit demnächst mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao ciao